Es ist der Marmor des 20. Jahrhunderts, sagt man. Nicht ein Beginn, aber ein Wiederbeginn des weltweit wichtigsten Baustoffs, der 1848 von einem Mann revolutioniert wurde. Schneiderbeton setzt seit 1953 diese Erfolgsgeschichte hier in Philipsburg fort und revolutioniert den Fertigteilebau durch den Einsatz einer hochautomatisierten Multifunktionsanlage. Ein seelenloser Baustoff, der trotzdem so vielfältig, form- und wandelbar ist. Darin liegt auch unsere Faszination unserer täglichen Arbeit. Die Multifunktionsanlage als Herzstück einer unabhängigen Herstellung von Elementdecken, Doppel-, Thermo- und Massivwänden. Dynamic Smart Production heißt die Zukunft des papierlosen Produktionsprozesses. Über Roboter wird der Infinity-Schalungsprozess vollautomatisch ausgeführt. Die Bewährungsmaschinen versorgen die Palettenumlaufanlage und die halbautomatisierte Schneideanlage der Gitterträger bietet höchste Effektivität und Flexibilität. Unser Laser-Projektionssystem bietet permanente Qualitätsprüfungen und Null-Fehler-Strategien. Just in time. Eine 3 Kubikmeter Mischanlage gewährleistet die Bereitstellung anspruchsvoller Betonsorten bis hin zur automatischen Betonverteilung. Integriert ist die Restbeton-Recyclinganlage, die höchsten ökologischen Standard ermöglicht. Mittels Wendeeinrichtung werden die Erstschalen angehoben und in den frischen Beton der Zweitschalen eingetaucht. Nachhaltigkeit, schnelle Reaktion und kürzere Bauzeiten durch unsere Fertigbauweise sind unsere wesentlichen Vorteile der neuen Multifunktionsanlage. Seit fast 70 Jahren sind es diese Dinge, die wir lieben und für die unser Herz brennt. Schneider Betonfertigteilewerk in Philipsburg. 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 Schneider Betonfertigteilewerk in Philipsburg.